Wie kennt man Touristen auf Sardinien? Der Durchschnittstourist fährt einen Fiat. Entweder einen Panda oder Fiat 500. Damit fährt er ziellos durch die Gegend. Und Gegend gibt es genug. Sobald er ein kleines Plätzchen neben der Straße erblickt, bremst er abrupt und verreist das Gefährt an den Straßenrand. Sofern der Stieg von der Fahrbahn zum Bankett nicht allzu hoch ist. Springt aus dem Wagen und schießt unmotiviert ein paar Fotos mit dem Handy. Sobald ein Auto am Straßenrand steht, dauert es nicht lange, bis sich weitere Touristen dazugesellen. Jeder meint, dass es genau hier den Ausblick geben muss. Hüpft wieder ins Auto und braust davon. Wir machen es genauso. Fahren durch die Gegend, verreißen unser Auto und lassen es einfach fallen, wo wir gerade zum Stehen kommen. In ein paar Minuten sind wir ja wieder weg. Springen aus dem Auto, schießen unmotiviert ein paar Fotos mit dem Handy. Ja, was willst du auch anderes machen bei der Hitze? Bei dem grellen Licht siehst du sowieso nichts auf dem Display. Also einfach auf Verdacht ein paar Mal abknipsen. Irgendeins wird schon was werden. Springen wieder ins Auto und brausen davon. Naja, sofern man mit einem Panda brausen kann. Bergauf geht ihm immer etwas die Puste aus. Aber nicht nur den Panda, sondern auch den Touristen, die unbedingt den Capodorso, den Bärenfelsen bei der größten Mittagshitze mit Badelatschen besteigen wollen. Unsere Ausrede ist, dass wir unser Mietauto am Vormittag bekommen haben und daher zu Mittag zufällig hier sind. Obwohl man den Bären von normal zugänglichen Bereichen leider nicht als Ganzes sieht, ist der Ausblick zum Meer, zu den Madelena-Inseln, doch etwas Besonderes. Der Durchschnittstourist besichtigt auch schön brav die angegebenen Orte aus seinem Reiseführer. Schießt unmotiviert ein paar Fotos mit dem Handy und wird durch die alten Straßen. Hat man aber nicht alle Tage, dass die Markennamen von jeder Fassade bringen. Die Preise sind gleich gar nicht angegeben. Am Hafen sollte man aber trotzdem vorbeischauen. Auch wenn man nur ein paar weitere Fotos unmotiviert in der Hitze mit dem Handy schießt. Bei manchen Yachten erkennt man, warum die Preise bei den Schmuckläden nicht angeschrieben sind. Wir machen es genauso. Besichtigen einige Orte aus dem Reiseführer, schlendern durch die Straßen und sehen uns die Yachten im Hafen an. Wenn wir genug von der Hitze haben, bleiben wir an irgendeinem Strand stehen. Davon gibt es genug. Man muss nur die Zufahrt finden. Springen kurz ins Wasser und rasten uns am Strand aus. Dann geht es aber auch schon wieder weiter. Wir müssen ja wieder zurück ins Hotel. Die Zufahrt finden.